Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Shaolong Hu, Unternehmensberater aus Hannover. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir spezialisieren uns auf chinesischem Markt und speziell darauf, mittelständische Unternehmen aus deutschsprachiger Raum zu unterstützen, in China erfolgreich das Geschäft abzuwickeln. In diesem Kanal bieten wir Ihnen wertvolle Informationen zur Entwicklung einer effektiven China-Strategie. Wir zeigen Ihnen auch bewährte Methoden, wie Sie mit Ihrem Vor-Ort-Management-Team einen gemeinsamen Umsetzungsplan entwickeln können, die aber in einer 3- oder 5-Jahres-Roadmap mündet und die wir bei der Umsetzung kontrollieren und unterstützen. Durch erfolgreiche Manager werden Sie lernen, wie Sie in China erfolgreich Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen sowie Produkte positionieren können, wie Sie den Markt erschließen können. Und gleichzeitig lernen Sie, wie Sie chinesische Kunden, aber auch Firmenkunden ansprechen können und wie Sie auch in China Ihr Vertriebsteam finden und weiterentwickeln können. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Zentrale und der Niederlassung ist ein wichtiges Thema. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie ein erfolgreiches Team vor Ort in China aufbauen können und wie Sie Ihre Organisation für die Zukunft umstellen und sowie Ihre Führungskraft für die Zukunft entwickeln können. All diese Informationen stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung und schauen Sie sich die Videos an und abonnieren Sie Ihren Kanal, um keinen Inhalt zu verpassen. Zusätzlich regelmäßig organisieren wir Online- sowie Offline-Events, um den Austausch zwischen chinesischen, aber auch deutschen Unternehmen mittlergrößer zu fördern. Falls Sie ein oder andere Event verpasst haben, stellen wir ausgewählten Inhalt auch als Video hier für Sie zur Verfügung. Viel Spaß bei unserem Video-Kanal und viel Erfolg in China!